Lund das ist mit dem Hut das ist ein aber er hat es ja auch er hat es war mit dem Punkt der Putz den Gewicht Schau mal was so passiert. Oh. Wow. Solche Schweine. Wir müssen uns beeilen. das hat die Ziele mit ihm weise oder wie so Hacke Hacke man Hacke du musstest du drin hacken genau oder rechts das Recht zu nehmen oder das das an der Notfallsymbole keine Ahnung du musst du mit dem keine Ahnung wo er wird der Recht von der Symbole das Video freigeschaltet schau mal vielleicht wird das erklärt Video Datenbank Schau mal Storyinformationen Verschiedene Aufzeichnungen vielleicht Nachrichten Schau mal Schau mal Ach so das sind die Statistik und so man auch bis an wir müssen keine Ahnung das Schlosschatz und auch nur für den Lufthansa Sichtfeld blockiert lesen muss man sagen war okay im Bereich anvisieren aber das ist halt ungefähr triffst die Welle er das ist das Heimatfront Sie haben hier etwa allen? Vielleicht 2000? Und die Seth? Vergiss immer! Die Aliens sind erledigt! Das müsstest du inzwischen wissen! Okay, jetzt nochmal alles einsammeln, was wir da hauen. Also ist das die Nanovision oder Nanovision? Da war doch ein Ding am Moon, oder? Achso, das ist da unten. Ja, genau. Ja, ist aber ein cooles Element, muss ich sagen. Haben es cool gemacht. Die deutschen Kollegen, Crytek. Genau. Ich hätte irgendwie gern so ein Sound-Gesign für ein Spiel. Komm schon, Psycho, gehen wir! Zeig mir dein Gesicht. Du hast mich aus dem Anzug geschnitten. Zeig mir jetzt dein Gesicht! Psycho, gehen wir! Die Konfrontation mit dem Feind. Scheiße, ich finde dich! Man ist wach, wenn sie einen rausschneiden. Viele der Jungs sind schreiend gestorben. Herzinfarkt wegen des Schocks. Heftig! Ah, scheiße! Komm schon! Gehen wir! Naja, das nackt an der Psyche. Wenn sowas passiert. Ganz verständlich. Ah, ja. Okay, ich gebe die Deckung. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Was? Das sind die Feinde, oder? Ja. Das sind die mal Spotestolle. Keine Ahnung. Na? Ja. So. Hast du da gestanden eine Entfernung zu weit, oder? Ja, da seh ich dich eh noch nicht, oder? So, den kannst du gleich machen. Bist du da versteckter Killer, sozusagen? Ja. Jawohl. Ach, ach, ach. Den hat's zerbrüselt. Das kann ein Umwerfenbogen. Ja, dann musst du auf die Waffe umsteigen. Was, die haben jetzt erledigt? Scheiße, scheiße, sie sind hier! Ruf Verstärkung! Erklop, 2, 4! Ziel ist auf der Brücke! Sektor, 5! Pilzer, 6! Brauchen Verstärkung! Oberst! Okay, jetzt Rushen soll jetzt so jam. Was macht die Sache nicht einfacher? Haha. Oh, hoppala! Was? Hä? Tja. Was war das jetzt? Da sind wir zum ersten Mal gestorben. Äh. Ja, du musst bedenken, du bist auch Veteran, gell? Ja, aber... Wo ist der hergekommen? Ja, die haben dich erschossen. Da sind 5 Leute vor dir gestanden. Ei. Ich hab mich geduckt. Sofortige Terminierung erfolgen. Tafel aktiviert. Roger! Ist doch hinten einer. Ah, der hat oben noch die erschossen. Oh, Moment ja. Oh, Moment ja. Ist doch nicht einfacher. Wir müssen noch taktisch klug vorgehen. Wie leise die eigentlich ist. Ah, hollwollt. Oh, das war ein Headshot. Soll jetzt aufpassen, gell? Das ist nämlich links von dir, Asana. Das sind die Arschloch. Da. Da. Na. Ah. Nein. Tja. Da muss man irgendwie, glaub ich, noch taktischer vorgehen. Ah, die Energie ist schon wahnsinn, he. Was? Ja, so wenig. Überhaupt nicht. Ich find das eigentlich voll viel. Beim Ding war mehr, beim zweiten. Ich mein jetzt gleich am Anfang. Du spielst aber auch ein Veteran. Ja, schön. Da hab ich auch die schwersten Ding gespielt. Also, wie ich es probiert hab letztes Mal. Da war es auch länger. Na ja. Ist halt einmal eine Herausforderung. Keine Karate, nein. So, jetzt lädt gleich wieder auf die Energie. Warte mal. Entschuldigung. Du musst deinen Spielstil optimieren. Ah, na, falsch. Oh. Genau. Scheiße, scheiße. Sie sind hier. Ruf Verstärkung. Action. 2, 4. Ziel ist auf der Brücke. Sektor 5. Delta. 6. Brauchen Verstärkung. Over. 3, 5. 2, 4. 1, 2, 3, 5. Das macht die Sache nicht einfacher. Genau. Oh, die haben wir einen Headshot und gehen hin. Nach rechts. Passt. Dann geht's mal aufloggen wieder. Nussanz. Hinter dir, hinter dir. Hinter dir. Wo denn? Verkippen Sie sich oder ich töte Sie! Jawohl. Verkippen Sie Profit! Na na. Verkippen Sie uns nicht. Verkippen Sie uns nicht. Derweil einmal sehe ich nur einen Heli. Auf der Korten ist auch nichts. Ich hab ihn! Hinten Sie! Ok. Verkippen Sie! Passt. Ok. Jetzt zeigt's wieder ein paar auf der Karte. Gehen in den Ekel. Ja. Wo sind die? Unten glaube ich. Die sind unten. Der kann nicht ganz sein!